Hallo Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Im letzten Part ist Mike zu uns gestossen, der uns unterstützt mit seinem üblen Kampfhubschrauber hier. Und ja, damit er den ganzen Spaß nicht für sich alleine hat, dringen wir auch mal ein bisschen weiter vor. Was? Äh, Mike hat gerade wieder einen gekillt. Perfekt. Ist hier drin jemand? Nö, irgendwie nicht. Aber ganz viel Zeugs für uns. Und ich muss immer aufpassen, dass ich Mike nicht im Weg stehe. Ich glaube, das wäre nicht so cool. Mal hier hochgehen. Äh, hier ist irgendwie keiner mehr, kann das sein? Äh. Warum, warum bleibt er? Warum bleibt er? Verstehe ich nicht ganz. Ähm. Wo muss ich eigentlich hin? Ja, Mike macht gute Arbeit. Wir haben hier nicht mehr... Was? Vorsicht, Mike. Das bin ich, ja? Vorsichtig. Also. Bleib ganz ruhig, Mike. Nicht nervös werden. Das bin nur ich. So, prüfen. Erstmal die Tür aufmachen hier. Und dann. Da ist ein Fass. Das werde ich erstmal entsorgen, weil... Was? Was? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Was ist das jetzt für ein Vortier? Scheiße. Moment, Moment. Ja, jetzt hätte ich das Fass natürlich gebrauchen können. Ist klar. So. Ja gut. Mit dir kann ich dann doch leben hier. Komm her. Komm her. Hallo, komm her. Dann halt nicht. Ha, ha, ha. Oh, da kommt noch einer. Hallo. Irgendwo schießt noch einer auf mich. Oh, verdammte Kacke. So, weg. Und jetzt noch du. Erwischt. Wo ist jetzt der Typ mit dem... Mit dem MG, verdammt. Hab mir nicht Angst vor dem. Mike, hast du den schon erledigt? Mike, weißt du, den Kerl mit dem MG. Ja, das wäre schon ziemlich cool, wenn du mir den... Oh, 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 ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Oh Gott, da drüben ist er. Ich muss den von hier erledigen. So schnell wie möglich. Was? Da, da. Mann, 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 Mann. Die Waffe schießt zu wenig schnell. Gibt's doch gar nicht hier. So. Vielleicht treffe ich ihn ja mit einem Dingensier. Ja, ja, hat gesessen. Hat gesessen, damit ich ihn jetzt damit bearbeiten kann. Wenn Mike ihn schon nicht trifft, dann muss ich das übernehmen. Verdammt. Verdammt. Von wo kann ich ihn denn treffen? Ja, ich muss ihn dann treffen, wenn er eine Salve abgegeben hat. Ah, das war ein schöner Kopfschuss. Jawohl. Komm schon. Nein. Weg hier. Dö, 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 dö. Nachladen hier. Warten, bis er seine Salve verschossen hat. Hören, hören, hören. Und los geht's. So, das war's. Ich hätte ihn auch so angreifen können. Hier, bam. Aber so nahe wollte ich dann dem Typen dann doch nicht unbedingt kommen, ja. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Wechsel mal wieder die Waffe. Normale Waffe, bitte. Nun müssen wir da hin, da, darüber müssen wir. Dafür müssen wir diese zwei Hebel aktivieren. Oder ist das nur eine? Erstmal aktivieren. Ja, ist nur ein Hebel, alles klar. Gut, dann mal zurückblicken, ob wir irgendwas Tolles übersehen haben. Ja, das muss alles sein. Muss alles sein. Da ist zum Beispiel noch was. Jawohl. Dann. Von hier kamen wir doch, oder? Ja, von hier kamen wir. Genau. Gut, aber da liegt noch was, habe ich gesehen. Ah, nur Geld. Okay. Was heißt nur Geld? Geld ist auch wichtig. So. Da drüben sehe ich doch ein paar Typen. Jawohl. Sterb doch mal. Mann. Gibt's doch gar nicht. Wie viel hält dein scheiß Schild aus, Mensch? Ja, du kannst auch gute Nacht sagen da drüben. Hallo? Mann. Warum treffe ich den nicht? Ja, gut, dann komm halt her. Da. Oh, oh. Die Tür geht zu. Nein, was ist das jetzt? Nein, verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Alles einsammeln, ganz schnell. Ja, ich bin ja weg. Ich bin weg. Uh, ich bin ja weg. Ja, wo soll ich denn hin? Mike. Ja, Mike. Ich gehe. Ich gehe schon. Ja, ist hier in Ordnung? Okay. Ja, meine Frage hat sich erledigt. Au. Lass mich doch ein wenig Zeit, um dich überhaupt sehen zu können, Mensch. Hinter mir. Nee. Du droppst. Was? Aha. Wusste ich doch, dass du hier runterkommst. Noch eine? Im Moment gerade nicht. Du hast auch nichts gedroppt, du Penner. Das nehme ich dir doch ein wenig übel. Was? Nein, 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 nein. Nicht mit deiner verdammten Dynamitstange hier. Gut. Nicht erwischt. Gott sei Dank. Okay, ähm, Mike. Ich bin jetzt hier, ja? Mike! Dank nochmal. Mike! Hallo. Der Kerl bringt mich noch um hier. So, weg da. Ja, ich kann das Ding natürlich nicht verwenden. Natürlich nicht. Aha. Jetzt flüchtet der wohin? Mike! Mike, Hilfe! Mike, warte, ich gehe hier rein. So. Ich gehe hier rein, Mike. Ja, wenn es für dich okay ist. Scheisse nochmal. Ist hier noch irgendjemand? Ja, wo soll ich denn hin? Mike, bitte. Was? Oh nein. Ich gehe ja weg. So, das hier betätigen. Meine Fresse, was ist denn hier los? Heilen, schnell. Erste Hilfe-Spray. Ich gehe hier schon weg, Mike. Ja, Mike. Ich bin auf dem Weg, falls du es nicht gemerkt hast. Okay. Hat alle erwischt, aber da unten ballert noch einer. Ja, ich glaube auch. Von wo ballert der? Von wo? Von da hinten irgendwo. Ja, von da. Nein. So, weg da. Ja, ich kann das Ding natürlich nicht bedienen. Das ist... Wow, der hat ein Erste-Hilfe-Spray gedroppt. Hahaha. Geile Sache, das. Gegner, wo seid ihr? Ich habe euch doch gehört. Aber wo? Aber Mike hat sie bestimmt im Visier. Nee. Dich offenbar nicht. Äh. Okay. Äh. Ja, dann halt nicht. Fahr halt einfach herunter. So, das war's. Dropst du was? Ja, bisschen Geld. Aber ich habe wieder kaum mehr Munition für meine Red Nine. Das ist irgendwie nicht so geil. So. Für dich reicht es denn allemal? Äh. Mike, was schießt du da ab, bitte? Lass das. Mike! Ja, ich geh ja. Was hast du denn da? Aha, da ist noch eine Festung. Alles klar. Gut, 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 gut. Hast du gut gemacht, Mike. Doch, wir sind Freunde. Wir gehen mal ein Bier zusammen trinken. Versprochen. Auf meine Kosten sogar. Äh. Mike, hör da bitte auf zu feuern. Ja, weil sonst kannst du dein Bier vergessen. Mann, ich kann hier nicht nach unten. Warum nicht? Dann halt hier. Gut, gut, gut. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall durch die Tür durch. Was sagt die Zeit? Ja, ich habe noch ein wenig. Aber ich möchte die Waffe wechseln, weil ich habe nur noch einen Schuss. Wow, wie viel Zeugs habe ich denn hier noch? Ja, ich habe ein paar Dinge aufgespart. Merkt man vielleicht. Das da hin und das da hin. Dann würde ich gerne mal wieder diese Waffe nachladen. Zack, fast 100 Schuss drin. Dann die Waffe nachladen. Ja, ich muss die Dinger nachladen, dann wann ich Zeit habe. Tut mir leid. Das ist jetzt gerade der Fall, wenn mir Mike meinen Rücken deckt. Nein. Die TMP. Ah, die Striker. Komm, passt. Los geht's. Wir gehen weiter. Mal sehen, was jetzt kommt. Wir sind zu zweit. Und ihr seid zu 200. Also, das ist ziemlich fair, würde ich sagen. Ähm. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, Mike? M-Mike? Da bist du ja. Gut. Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Ja. Deckung. Deckung. Ja, ja, ja. Ich gehe schon. Ja, 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 ja. So muss das aussehen hier. Seht euch das an. Bam's. Bam's. Jawohl. Geht alle weg. Ja. Was? Den hat's nicht erwischt? Ah. Okay. Problem gelöst. Sehr gut. Danke, Mike. Danke, Kumpel. Wow. Ja, hab ich schon gesagt. Alles klar. Was? Nein. Mike! Mike! Nein! Mike! Nein, Mike! Scheiße! Nein, Mike! Unser Kumpel! Unser Lebensretter! Ich mache sicher, du bist der nächste zu gehen, Saddler. Richtig. Verdammt nochmal. Was denn? Oh, ich bin entspannt, Leon. Saddler, du bist der Mann! Es ist nichts, was man sich nervöscht hat. Es ist nichts, was man sich nervöscht hat. Es ist niemals, dass du niemals schraubst ein blattst. In essence, es ist die gleiche Sache. Was hast du gesagt? Insekts' Leben nicht vergleichen mit Menschen. Wenn du diese Macht hast, du auch verstehst. Ja, danke. Kann ich gebrauchen. Scheiße, Mike! Mike, unser Kumpel. Verdammt. Mike! Ich komme, Mike. Runtersehen. Mike, dafür werden sie bezahlen. Das kann er nicht überlebt haben. Scheiße! Mike, vielen Dank für alles. Und Ruhe in Frieden. Kacke nochmal! Settler, du... Ich könnte ihn einfach in der Luft zerreißen. Verdammt nochmal. So, Mention. Und nun, Moment mal. Ja, da oben, da war was. Will ich natürlich haben. Will ich natürlich mitnehmen. Äh, gib mir das, danke. Was ist es denn? Smarakt. Wow, toll. Ja, mehr gibt's hier, glaube ich, nicht mehr. Ah, Mike. Ich werde dich rächen. Keine Sorge. Keine Sorge. Settler, du wirst dafür bezahlen. Für alles, was du getan hast. Wo bin ich denn jetzt? Was geht hier nach unten? Ähm, wo bin ich denn jetzt? Perlenanhänger, wow. Ein, ein, ein Sarkophag. Mal auf die Karte blicken. Ähm... Da, 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 ja, 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 ich verstehe, verstehe, verstehe. Gut. Okay, gehen wir aber weiter. Da entlang. Was denn? Oh nein! Leon hat diese Krämpfe! You okay? Ja, oder auch nicht. Was? Oh nein. Äh, Leon? Leon? Leon, mach keinen Quatsch! Leon, hör, hör auf damit, ich befehle es dir! Oh Gott! Der ist besessen von dem Parasit! Verdammt nochmal! Leon, hör auf damit! Autsch! Ja. Das funktioniert immer. Autsch! Sorry, Adam. So. We have to get that Parasite out of your body. Mmh. Yeah. But before that, I got to save Ashley. Fine. Let's split up. Warum? Warum? Verdammt nochmal! Bleiben nochmal zusammen hier! Wäre doch viel einfacher, aber nö! Leon, was? Es hat gerade irgendwie geerdbebt oder so, keine Ahnung. Was ist das? Einfach nur eine Kiste. Ja, Leon hat wieder Krämpfe. Der Parasit scheint langsam, aber sicher zu schlüpfen. Oh je. Kein gutes Zeichen. Dann geht es hier weiter. Wo sind wir denn jetzt? Ich habe keine Orientierung gerade mehr. Oh fuck. Oh fuck. Ganz schnell zur Schreibmaschine. Ganz, 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 ganz schnell. Bevor irgendetwas passiert. Denn wir speichern! Denn das war es für heute mit Resident Evil 4. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss! Tschüss! Tschüss!